Somit ist unser neuer Raum eröffnet! Das ist der Raum, der jetzt neu geworden ist. Hat dir etwas da gefallen? Mir hat alles gefallen. Ja, es ist gut geworden. Du hast sehr gute Bilder gemalt und gefällt dir daran. Schon, ja. Super Bilder und... V3 speziell. Das, das du da. Ist der Raum so wie das vorgestellt? Mitte Woche haben wir es auch nicht vorstellen. Anfang Woche habe ich nicht gewusst, wie es wird. Aber das haben ja jeder entschieden. Ja, eigentlich schon. Und es ist besser als der letzte Raum, den du dann gemacht hast. Also ich finde ihn viel besser als vorher. Ich meine, jetzt ist er auch viel heller und grösser. Er hat neue, coole Bilder. Ich finde ihn super, ja. Ja, wir haben da sehr viel Zeit investiert. Das zeigt mir, dass da so viel Arbeit drin ist und dass er alles gemacht hat. Das ist super. Das ist das Graffiti von einem Profi. Und wie man sieht, sieht es sehr schön aus und so. Hallo, wie fällt dir der Raum? Ähm, also er ist ein bisschen klein. Aber es gibt so schöne Bilder da. Und ja, ist schon ein guter Raum. Würdest du dir etwas geben und würdest du finden, wäre noch gut in diesem Raum? Nein, also nein, nein. Alles ist nicht total. Du hast vielleicht keine Bilder gemacht, aber findest du es darum ein bisschen schön? Ja. Und du? Was sagst du dazu? Ich finde es mehr als schön. Also wir haben das einfach gut gefunden. Man sieht es ja hier. Alles ist Neues. Ja. Alles sieht Neues. Und also hat es dir gefallen? Ja. Also es hat mir sehr Freude gemacht, den Raum der Jugendlichen zu öffnen. Und vor allem macht es Spass, dass es ältere Jugendliche hat und äh, kleinere Kinder. Ich habe, äh, ich habe noch Schweden gemacht mit Kriegen. Und noch Joshua, er gefühlt an Schweden gegen eine riesige Kartoffel. Das Bild habe ich gezeichnet und ich finde auch, das sieht, glaube ich, gut aus. Für die anderen vielleicht dann auch. Würde es noch etwas geben, das du findest, fällt dir in diesem Raum? Ein zweiter Pingpunkt-Tisch. Das war eine coole Woche. Es war streng. Wir mussten viel malen, viel machen. Nein, ist gut? Nein, ist okay. Das war eine coole Woche. Das war eine coole Woche. Das war eine coole Woche. Also haben wir uns. Auf jeden Fall wieder.